Willkommen zurück zu meinem Let's Play Victoria 2. Das letzte Mal haben wir Somalia endlich zum österreichischen Bundesstaat gemacht. Es wird dort auch jetzt schon eine Fabrik reingebaut und wir sind weitergezogen mit unseren nationalen Foki und verbreiten unsere Bürokraten auf der gesamten Welt. Meine Tochter rennt gerade mit einem Modellschiff vorbei. Solche Schiffe habe ich nicht mehr. Das ist ein Segelschiff, aber sowas haben wir nicht mehr. Wir sind viel größer und mächtiger. Was wir haben sind diese riesigen Großkampfschiffe. Ich glaube, wir werden ein paar Schiffe auch noch bauen. Und zwar ein Großkampfschiff vielleicht in Stettin und noch ein paar Kampfschiffe. Achso, nein, vielleicht doch nicht. Wir sammeln hier die Großkampfschiffe. Gut, in Tuchel kommt das an. Sehr gut, sehr gut. Das wollte ich so vergrößern da, diese Flotte. Na gut. Ja. Marine-Stützpunkte können wir nicht besser machen mehr dabei. Das heißt, wir werden unsere Marine nachher auch gleich wieder verbessern, um unsere Marine-Stützpunkte auf der Welt noch etwas zu vergrößern. Sabotage. Oberschicht oder Unterschicht? Ach, Oberschicht. Biniger Leute. Wenn die revoltieren, kann man sie leichter niederschlagen. Und die revoltieren nicht. Erneut. Echt jetzt? Hey, Deutschland ist keine Großmacht mehr. Das heißt Polen-Liton. Oh, da sind wir aber stark untergeworfen worden bei Polen-Liton. Mann-Witz. Gut, wenn wir nicht investieren in Polen-Liton. Aber, nachdem Polen-Liton jetzt, äh, nachdem Deutschland keine Großmacht mehr ist, heißt das, wir könnten Deutschland versuchen, in unsere Einflusssphäre zu kriegen. Hui, das ist ja schön. Oh, oder auch nicht. Weil wir hatten erst Krieg mit ihnen. Warte mal, Polen-Liton hat die Reserven mobilisiert. Warum das? Oh! Weil denn der Krieg erklärt wurde von den Deutschen. Wir müssen uns beeilen mit Polen-Liton. Ich muss auf jeden Fall vertraut werden, weil, dann kann ich nämlich in den Krieg einsteigen und Deutschland einen kleinen Schnalz auf den Kopf geben. Ist das arg? Ist das arg? Die haben mich als Schultz rausgeworfen. Ach, wehe, Kommunisten. Haben die nichts Besseres zu tun? Gut, aber das scheint jetzt nicht unbedingt sein grobes Problem zu sein. Gibt's irgendwo eine Gegend, wo viele Kommunisten sind? Ich glaube, das müsste eigentlich fast da hechten, oder? So, sonst noch irgendwelche Gebiete mit Kommunisten. Vielleicht in Afrika. Da haben wir eine Gruppe. Kommunisten. Nicht. Na gut. Das scheint ja eher lächerlich zu sein. Bezüglich der... Okay, wieso zeigst du mir das? Let's zeigen wir Peru. Gut, wie schaut das aus? Können wir diese Hunde auch noch im Gebiet zum Bundesstaat machen? Schaut nicht so aus. 83 Prozent, das dauert noch ein bisschen. Okay, das leid so. Klinisch, knarrisch. So, die haben sie auch gewonnen. Ach, bitte, bis die 33.000, die die Lagerung haben, sind die lange tot. Gut, Panzer sind auch verbessert worden. Das freut mich sehr. Wo gehen die hin? Ach, Kuh. Alle, oder was? Das ist ja gut. Ach, Kuh. Hey, minus ein Prozent, das ist ja cool. Das wäre natürlich cool, wenn Deutschland das gar nicht gewinnen kann. Aber ich fürchte, sie werden es natürlich trotzdem gewinnen. Also, Spanien, wie schaut das aus? So, Spanien, wie schaut das aus? Und, ich muss auch, was ist es? Ich will mal, wie geht es? So, warte mal, was passiert hier? Einfluss, ähm, ändert sich um die Einflusssphäre aufnehmen. Äthiopien Krieg erklären. Na ja, okay, ich glaube, das geht. So, schauen wir mal, wir sind jetzt mit Äthiopien im Krieg, warum eigentlich, weil die aus meiner Einflusssphäre raus sind. Ist das arg? Vielleicht kann ich Eritrea von ihnen erobern. Das kann mir wohl jetzt nicht so schwer sein, das zu erobern. So, schauen wir mal. Gut, jetzt können wir mal die Phores ausbauen, aber ich glaube, das mache ich dann erst nach dieser Folge, weil das dauert so lange und da müssen wir echt nicht zuschauen dabei. Jetzt machen wir mal den Krieg fertig, die Folge fertig. Was brauchen wir an einem Kriegsgrund? Ach so, wir sind ja nur die Liberalen, die kriegen wieder keine Kriegsgründe. So, ein Admiral ist mal verstorben, muss ich sagen. Admiral Armeen. Drs Nm. K. Drs Nm. K. 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 Gut. Das wird jetzt die 33. Termine. Und... Nein, 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 jo. So... 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 Äthiopien, kleiner als das Äthiopien, das Italien angegriffen hat, aber nicht sehr viel. Nicht sehr viel. Okay. So... Äh, das kostet mich so viel Zeit, naja. Ich will nämlich zum Beispiel ganz gerne Eritrea ganz erobern. Dann wäre Djibouti nicht ganz so alleine. Ja, ok. Passt schon. So... Sieh, da kommen wir ja damit. Geht. Da, ja. Du gehst... Wieder nach Mau. Und du gehst... Warte mal, hab ich gerade die Kontrolle über Bayern verloren. Ach weh. Auf nichts kann man sich verlassen. Auf nichts kann man sich verlassen. Diese... Elenden... Elenden... Wichte. Jetzt geht Deutschland... Jetzt ist Deutschland weg. Und jetzt... Ist Frankreich eine Kröte? Hm. Ich weiß nicht,無ft's. Ich komm raus. Ich komm raus. Ich komm raus. Danke dir. Jetzt komm raus. Ich komm raus. Hier, ich komm raus. Ich komm raus. Ich komm raus. Ich komm raus. Aber dann machen wir alles. Das sind nur bei 1,7. Schauen wir mal, was haben die da hier oben oder Toaster? Das könnten die eigentlich sogar von ihnen verlangen. Ja, die müssten ja mit dem Ski fahren können, da. Warte mal, wieso seid ihr nicht mehr mit mir verbündet, frage ich mich gerade. Was ist passiert, dass ihr nicht mehr mit mir verbündet seid? Ah, 19% Blockaden. Hm. Natürlich würde ich für Polen die Ton anspringen, wenn wir sie beeinflussen könnten. Hm. Ja, auf das Prestige. Was? Wir können jetzt 1925 in den Krieg reingreifen. Oh, Gebiete. Das ist ja ärgerlich. Das Spiel ist gemein zu mir. Ja. Blöde Regeln. Blöde Regeln der internationalen Diplomatie. Hm. Das Problem ist, sobald Deutschland Truppen rüber schippert, haben sie verloren. Hm. Ja, vielleicht klaut das ja noch eine Weile. Der Computer ist ja manchmal ein bisschen dämlich, was das betrifft. Ah, da sind Truppen. Schauen wir mal, ob die lange da bleiben. Ich meine, die haben das relativ schnell erobert eigentlich. Das heißt, die müssten da eigentlich eh auch noch relativ viele Armeen rumstehen haben. So, was haben wir hier? Ja, okay. Feuerkraft kontra Mobilität. Hm. Okay. Meine Armeen sind schneller geworden. Hey, wir haben Bakelit entdeckt. Sehr gut. 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 Du fährst jetzt einmal da hier und schaust einmal diese Situation da an. 3000 Mann. Bei dir natürlich die Frage. Das war die Sachsen kein Bündnis mit uns. Was ist passiert, dass die alle kein Bündnis mit mir hatten? Nein. Kein. Kein Bündnis mit Algerien. Sehr arg. Was ist mit euch? Habt ihr keine Truppen? Ich würde euch echt gerne helfen. Aber ich kann nicht. Ich darf nicht. Wieso kann niemand anderer helfen? in Deutschland noch einmal Krieg führen. Das war sinnlos dann, dieses Gebiet zu erobern. Damals. Wenn ich das gewusst hätte. Und äh. Und äh. Auch wei. Kann sie mir auch wegnehmen. Du Marikana. Warte mal, wir hatten keine, kein Bündnis jetzt mit Frankreich. Warum haben wir kein Bündnis mit all diesen Typen gehabt? Was ist passiert? Wieso haben wir mit denen kein Bündnis mehr? Die hätte ich schon ganz gerne als Bündnispartner. Das war schon irgendwie cool. Da sind die 13.000 Mann. Geht's da rüber und tötet sie. Ihr hättet jetzt was tun müssen, als sie noch schwach waren. Jetzt gibt's niemand mehr. Äh. Ich kann nicht, wenn sie in Maris Faires sind. Sie einbeziehen. Hm. Knurr. Was? Die MSU-Cuts ist im russischen Zahnrecht passiert? Okay. Ah, jetzt fahrt's wieder hin, ist eh klar. Jetzt muss ich zu stark sind für euch eigentlich. Ah, Gott sei Dank, die Deutschen sind so dämlich. Immerhin etwas. Das bringt auch nichts, solange sie nicht vernichtet werden. So, was machen wir da? Das ist mal zurück nach Tuchel, das kann ich nicht weiter anschauen. Diese Katastrophe da. Könnt ihr bitte irgendjemand den Deutschen den Krieg erklären, dass die nicht der Polen die Dorn übernehmen? Ach, weh und wieder. Wenn ich jetzt mit ihnen alliiert bin, kann ich ihnen dann helfen? Ich will nicht Waffenhilfe einfordern, ich will Waffenhilfe anbieten. Gibt's das nicht? Ich kann nur Kriegssubventionen geben, das gibt's ja wohl nicht. Da gibt's echt nichts. Ich will sie auf jeden Fall unterstützen, in ihrem noblen Bestreben, das deutsche Reich zu vernichten. Was sie nicht schaffen werden, leider. Nein, vergesst es, ihr dürft's nicht durch. Vielleicht könnte ich mal den Türken den Krieg erklären, und die reißen dann die Deutschen mit in den Krieg. Hm, hab ich einen Kriegsgrund. Interessant. Er sagt mir, ich habe einen Kriegsgrund, dann habe ich aber keinen. Mit denen habe ich auch Waffenstillstand, deswegen geht's nicht. Ehrgerlich. 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 Und da kommen auch irgendwelche türkischen Truppen daher. Geh bitte, Franzosen. Könntet ihr euch bitte aber ins Andere suchen? Jetzt wäre das langsam lästig. Hm. 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 Okay. Na gut. Wurscht. Ich fürchte, da kann ich nicht viel machen. Herrschaften, ich hör' für heute auf. Das ist ein bisschen frustrierend. Ich kann Litauen, Polen-Litauen nicht retten. Sie werden diesen Krieg verlieren. Nona, also es findet sich noch jemand anderer, der sie unterstützen könnte. Rein theoretisch der einzige, der sinnvoll wäre. Russland, die haben überhaupt nicht in sie investiert. Ich weiß gar nicht warum. Na gut, wie schon gesagt, ich höre für heute auf. Ich wünsche euch einen schönen guten Abend. Schlaft gut und träumt was schönes. Und wenn ihr das nächste Mal aufdreht und wieder reinschaut, werdet ihr sehen, dass ich schon überall meine Fuß verbessere. Bis dann. Tschüssi.